Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe ja beim letzten Mal ein bisschen Skywars 1.19 gespielt und das lief ja nicht so gut, deswegen habe ich heute einen grandiosen Minecraft Pro dabei. Es ist niemand anderes als der Glow Niko. Yo, Leute, was geht? Ich bin Minecraft Profi. Yeah! Ihr habt es gehört, er ist ein Minecraft Profi. Er wird mir jetzt vieles zeigen. Ich werde ihm vieles zeigen. Und wenn ihr auch so ein Minecraft Pro sein wollt wie Niko, dann lasst doch mal hier ein Abo da. Marketing Strategie. Immer mit Schild spielen, ne? Immer schön drauf achten, dass du auch ein Schild hast. Oh, jo. Immer essen, ne? Man regeneriert hier viel schneller als in 1.8, wenn du isst, ne? Komm mal zu dir, dass wir nicht so getrennt sind. Yeah. Ja, chill mal. Das ist mein Kit, yeah. Yeah, das ist Minecraft. Sollen wir die fighten? Sollen wir die fetzen? Können wir. Ah, Leute. Ich muss mich weg. Ah, fuck, ich bin scheiße. Oh, jetzt sind hier noch welche dazu. Lass nicht drüber reden. Lass einfach nicht drüber reden. Okay, dann nehme ich jetzt das Kit Engel. Da machst du aber so, dass du das Totem wirklich nur einen Zweifelsfall in die Hand nimmst. Und du musst trotzdem mit Schild spielen, ne? Und du musst es auch nicht in der Offhand haben, sondern in der normalen Hand geht es auch, ne? Sagen wir, du fällst runter, dann nimmst du es in die Hand. Und dann respawnst du halt auf der Insel, wo wir gespawnt sind, so. Das sind die Minecraft-Tipps, die ich brauche, man. Was bringt das, wenn man mit der Axt erst schlägt? Dann geht das Schild so down, ne? Yeah, ich bin schneller als du. Komm rüber. Halt's mal. Das ist kein Axt, der braucht ne Weile, bis er immer down ist. Oh. Was? Lol. Wir sind Profis. Diese Meppe werden mega gut. Bro, ich hab keine Test-Splade. Ich bin selbst bei uns total. Digga, bist du jetzt gestorben. Lass nicht drüber reden. Lass nicht drüber reden. Ist alles gut, alles gut. Boah, wie irre du es. Digga, man kriegt ihn richtig K.O. Hey! Ich bin nur die Kill. Du hast ihn. Ja. Hinter dir, ne? Wollen wir fetzen? Ich mach Move. Quick Move. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Oh, fuck. Er hat gegessen, er ist wieder full life, glaube ich. Gute Heepozen. Oh, ich hab ihn. Oh. Mach schnell weg, mach weg, mach weg. Oh. Pass auf. No, no, no. Oh, was? Schnell, mach schnell. Ich bin tot. Kannst du was machen? Hilfe. Meine Maus hat sich verändert. Was geht denn ab, Jungs? Oh, schiss. Ich hab kein Schild, ich hab kein Schild. Oh. Hör mich gerade auf. Das ist sehr schlecht. Warte, ich hab ein zweites Schild. Hier in der Chess. Ich mach's in der Chess. Ist in der Chess. Ich hab's. Oh, ich hab eins. Oh. Oh, ich hab's. Mit dem Trident sind sie runtergenockt. Ich hab ihn... Digga, ich hab ihn übel geklatscht. Digga, das musst du in der Aufnahme sehen. Ich wollte mich nur vorboosten und ich hab ihn mit dem Trident runtergenockt. Mit dem Trident sind sie runtergenockt. Bro, du bist im falschen Team. Wieso bin ich im falschen Team? Ach komm, hä? Geischwester, ich werd dich finden, ich werd dich so auseinander schlachten, ne? Nee, sorry, du bist mir einfach zu schlecht. Hey, ich hab zwei Kills, guck mal Niko, ohne dich läufts viel besser. Guck mal so. Er krieg dich. Nein, er hat ein halbes Herz, ich hätt einfach schlagen sollen. Willst du an einem Typen falten? Ich weiß nicht, ob der nicht runtergefallen ist. Ach der, nein? Jo, wir haben's. Ja. Was haben die... Nein, er hat der Lytra, er hat der Lytra, er seght sich da drüben. Oh, ey, ich bin runtergefallen. Hä? Was hat mich gekickt? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab ihn, oh mein Gott. Das hat übel Damage gemacht anscheinend. Da ging das plötzlich. Jo, und da oben die zwei. Ich stump die. Oha. Hey, ich hab sie beide. Alter, was für ein krasser Teamkill. Oha. Damn, ich bin der Beste. Oh. Oh. Er war Ninja. Oh. Ja. Oder kommt noch mal zum Anderen rein? Oha. Let's go. Der kann unten abbauen, du fällst runter ran, gell? Nee, das ist doch mal geht. Ah, stimmt. Hallo, das war smart. Das war smart. Oha. Oha, pass auf. Oha, ich bin einfach der Beste. Du bist jetzt halt so in der Mitte. Ich hab meine Axt gedroppt. Das war doch so gut, Mann. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde sagen, ich bin relativ gut gewesen. Und das habe ich auch tatsächlich nur durch Nikos Hilfe geschafft. Also, danke dir. Danke. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Checkt die anderen Videos ab, checkt Niko ab und dann ciao.